Zingst erreicht ja wesentlich mehr Menschen als nur die eigene Bevölkerung. Und gerade über das Umweltfestival, über Menschen, die Begeisterung an Fotografie haben, an der Fotografie von Menschen, von Landschaften, von Meer, Küste und alles, was damit verbunden ist, erreichen wir ja nicht nur tausend, sondern hunderttausende Millionen von Menschen. Und wenn es uns gelingt, die alle zu motivieren, dass sie eben auch sich hier aktiv beteiligen können, und zwar ohne Verzicht, einfach nur durch bewussteres Handeln, dann ist schon sehr, sehr viel gewonnen. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.